Herzlich willkommen am Alpseeblick. Wir sehen hier den Brodelkamm über dem Konstanzatal. Hier der Eckhaltekopf, hier der Steineberg, hier das Geschwenderhorn und das Immenstädterhorn. Und hier unter uns der große Alpsee, da der kleine Alpsee, dahinter die Berge des Ostrachtals mit hier Rauhorn-Geishorn, die sieht man leider nicht ganz wegen den Wolken. Hier der Gründen, der Wächter des Allgäus, erreicht eine Höhe von 1738 Meter. Und hier geht es dann Richtung Norden, in Richtung Allgäu-Alpenvorland.